Und da sind wir wieder in der Lobby State, wo wir jetzt ein Thema aufs Tableau heben möchten, das ja vielleicht nicht sofort in den Kopf schießt, wenn man an die Zukunftsfähigkeit der Hochschulen denkt. Aber für meine zwei Gäste ist es das dringlichste Thema. So habe ihr es zumindest gelesen, könnt ihr es bestätigen? Ja, doch, oder? Ja, zumindest seit 2022 bearbeiten wir das Thema und jedes Mal eigentlich, wenn wir darüber sprechen, merken wir es, es hat einfach noch eine wichtigere Notwendigkeit als gedacht. Es geht um digitale Gewalt und ihr habt dazu, vielleicht haben es die einigen oder anderen auch schon gelesen, im HFD-Blickpunkt so eine kleine Handreichung veröffentlicht und das ist so ein bisschen auch für uns die Basis heute nochmal, um darüber zu sprechen über das Thema. Ich stelle euch aber erst nochmal ganz kurz vor. Bei mir ist zum einen Lea Bachus, sie studiert Philosophie im Master an der HU Berlin hier mit einem Schwerpunkt auf politischer und feministischer Philosophie und du warst auch Digital Changemaker vor zwei Jahren? Genau, von 2022 bis 2023 gemeinsam mit Paula und wie wir eben schon gesagt haben, Digital Changemaker bleibt man ja im Herzen so ein bisschen für immer. Genau, also hier sitzen zwei Digital Changemaker, genau, ihr bleibt der Initiative auf jeden Fall verbunden. Und Paula Paschke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Gleichstellungsbeauftragte, habe ich es falsch? Ja, dezentrale, genau, dezentrale Gleichstellungsbeauftragte am Fachbereich 07. Fachbereich 07 an der Goethe-Universität Frankfurt, dann stimmt es doch, was hier steht. Okay, kurz nochmal heiß geworden hier. Ja, digitale Gewalt. Warum sagt ihr, das ist für uns doch eines der dringlichsten, wichtigsten Themen? Wenn wir an eine Hochschule denken wollen, an der alle Personen sicher studieren, arbeiten und miteinander sein können, funktioniert das nur, wenn wir auch den digitalen Bereich, genauso wie den analogen Raum als Safe Space verstehen. Wir beobachten, vor allem auf Social Media ist es ja oftmals der Fall, dass digitale Gewalt zunehmend in den Fokus rückt. Marginalisierte Gruppen werden verdrängt. Auf Social Media ist es ein bekanntes Phänomen. Im Hochschulbereich wurde das aber bislang nur sehr wenig angeschaut. Aber natürlich nimmt der digitale Kontext eine zunehmend wichtigere Rolle ein. Es ist essentiell, um gut studieren und arbeiten zu können, digital zu partizipieren. Aber die Verantwortungen für den digitalen Raum sind oftmals nicht ganz so eindeutig geklärt, wie es für den analogen Raum der Fall ist. Und unser Anliegen war es, dafür zu sensibilisieren, den analogen und den digitalen Raum gleichsam als Safe Space zu verstehen. Und damit eben das sichere Studieren für alle Beteiligten zu ermöglichen. Mir fällt gerade so auf, digitale Gewalt. Vielleicht muss man auch noch mal irgendwie ein konkretes Beispiel haben oder so eine Idee, bevor wir so auf diese Ebene einsteigen. Was ist es denn jetzt eigentlich? Da gibt es total viele Beispiele. Wir bearbeiten vor allem das Thema der sexualisierten digitalen Gewalt. Und das unterscheidet sich letztendlich gar nicht so stark von der analogen sexualisierten Gewalt. Es ist oftmals eine Verstärkung, die digital gestützt ausgeübt wird. Und der Spezialfall ist aber da, dass noch mal ein ganz anderes Ausmaß da ist. Oftmals geht es zusammen, analog und digital. Nur die digitale Gewalt endet nicht, wenn man den Raum verlässt, sondern man ist ja immer wieder erreichbar und immer wieder möglichen Taten ausgesetzt. Und damit nimmt das noch mal eine Sonderform ein. Ihr habt in diesem Paper, ich habe es mir angeschaut, ein paar Beispiele, wo ich kurz die Luft anhalten musste. Könnt ihr mal uns was nennen, damit wir noch mal so eine konkrete Idee davon haben? Was könnte zum Beispiel passieren? Tatsächlich sind das auch reale Beispiele. Also natürlich von uns anonymisiert und fiktionalisiert. Aber ich glaube, alle Studierenden, die schon mal mit ihren KommilitonInnen gesprochen haben, kennen mindestens einen Fall von Betroffenen. Und ein klassisches Beispiel, was man auch aus dem privaten Raum kennt, sind sogenannte Dickpics oder eben sexuelle Inhalte, die man bildlich zugesendet bekommt, um die man nicht gebeten hat, wo man keine Zustimmung gegeben hat. Aber das geht hin bis zur Veröffentlichung der eigenen Daten im Internet, ohne dass man zugestimmt hat. Stalking ist ein ganz großes Problem, aber auch Übergriffe, die im analogen Raum stattfinden, wie Paula gerade schon gesagt hat, die dann eben auch noch zusätzlich verstärkt werden, dadurch, dass zum Beispiel die Betroffenen auch noch digital über Messenger-Dienste oder soziale Medien noch zusätzlich diesem ausgesetzt werden, dadurch, dass der Täter, die Täterin sie dort auch noch erreichen kann. Einfach die Erreichbarkeit ist nochmal auf einer ganz anderen Form einfach gegeben. Ich hatte auch gelesen, ich glaube, das war ein Fall, dass jemand einen Screenshot gemacht hat in Kommilitone und dieses Foto dann irgendwie mit bestimmten Methoden nochmal verändert hat und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo man sich auch digital sichtbar macht, ist einfach mit der heutigen Technik ja da einfach vieles möglich. Ja, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit KI nochmal eine ganz andere Ebene erreicht. Gleichzeitig ist nicht die Lösung, aus dem digitalen Raum zu verschwinden, weil digitale Partizipation ist total wichtig. Und die Verantwortung liegt dann eben bei den Hochschulen, ein Safe Space zu gestalten. Und deswegen seid ihr ja hier, genau. Damit man deswegen nicht sich black schaltet. Warum ist es euch denn so wichtig, dass vor allen Dingen da auch die studentische Perspektive nochmal mit reingeholt wird? Im vorigen Jahr wurden Studienergebnisse veröffentlicht von Unisave. Das war eine europaweite Studie in über 40 Institutionen und da haben über 42.000 Personen aus allen verschiedenen Statusgruppen an Hochschulen teilgenommen. Und das Erschreckende ist, dass 62 Prozent waren es, glaube ich, angegeben haben, schon mal einer Form von dieser Gender-Based Violence, wird es da genannt, ausgesetzt worden zu sein im Hochschulkontext. Es gibt dazu auch nicht allzu viel Forschung, mussten wir leider feststellen, gerade im Bereich digitale Gewalt. Da fehlt einfach noch einiges, was hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren auch noch passieren wird. Aber gerade Studierende und marginalisierte Gruppen sind da eben diejenigen, die am häufigsten angegeben haben, einer Form dieser Gewalt ausgesetzt worden zu sein. Und Studierende sind nun mal die größte Statusgruppe an Hochschulen, aber auch die sowohl rechtlich als auch faktisch am schlechtesten geschützte. Es gibt an Hochschulen Machtgefälle, es gibt Hierarchien. Studierende stehen da, wenn man so will, in der Nahrungskette ganz unten, wissen oftmals gar nicht, was die rechtliche Lage für sie ist, an wen sie sich wenden können, sind nicht durch das Arbeitsrecht geschützt, wie ich es zum Beispiel wäre, wenn ich an der Hochschule angestellt bin. Da weiß ich genau, an wen ich mich zu wenden habe und welche Rechte und Pflichten da auf mich zukommen. Was müsste denn eine Hochschule tun? Ich rede mal kurz ein bisschen rein, weil wir schon mit der Zeit ein bisschen fortgeschritten sind. Was kann eine Hochschule tun, um zu sagen, wir kreieren hier ein Safe Space? Was müsste eurer Meinung nach passieren? Im ersten Schritt auf jeden Fall Sichtbarmachung und Sensibilisierung. Es ist einfach weiterhin ein Tabuthema. Es ist kein Thema, über das man gerne spricht. Und ohne das Ganze verwischen zu wollen, möchten wir aber, dass Betroffene keine Angst haben, über dieses Thema sprechen zu können und dass es eben Anlaufstellen gibt, die auch bekannt sind. Dass Lehrpersonen wissen, welche Anlaufstellen sie weitergeben können an Studierende. Es müsste auf jeden Fall Sensibilisierung auch unter Lehrpersonen geben, weil die oftmals als MultiplikatorInnen funktionieren, weil die oftmals den Kontakt zu den Studierenden eher haben als die Personen in der Verwaltung. Gleichberechtigungsstellen, Antidiskriminierungsstellen, die auch eben dann zum Beispiel den Kontakt zu rechtlichen Beratungen herstellen können. Das sind erste Schritte, die auf jeden Fall jede Hochschule als Notfallsystem implementiert haben sollte. Wohin kann ich mich wenden, wenn ich das Gefühl habe, ich höre jetzt zu und denke, ach, das wusste ich gar nicht, dass das Gewalt ist. Mensch, mir ist was passiert. Wohin wende ich mich? Also in erster Linie sind es die Gleichstellungsbüros der Universität. Da war aber unsere Beobachtung, dass Gleichstellungsbüros sehr unterschiedlich dahingehend aufgestellt sind, zumindest im Internetauftritt, wie gut sie digitale Gewalt auch auffangen können. Da gibt es externe Anlaufstellen. Ich würde aber sagen, als erste Anlaufstelle gilt auf jeden Fall das Gleichstellungsbüro. Im Zweifel wissen die auf jeden Fall sich an jemanden wenden. Euer Plädoyer. Danke, dass ihr uns ein Stückchen in dieses Thema habt reinspingsen lassen und ich denke, ihr bleibt da dran. Das merkt man euch an, dass euch das ein Herzensanliegen ist. Dankeschön. Danke. Danke.